hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu star wars battlefront ja es geht direkt weiter wir machen die nächste session wir hatten als letztes fracht gehabt und jetzt geht es weiter mit abwurf zone und mit dabei ist wieder mein treuer partner und wir metzen uns durch alter killer du bist ja richtig gut geworden was die macht etwa mit dir diese mit ihr herrn ist es ist ja abwurf zudem war jetzt würde die einzelnen dinger auf dem planeten stürzen versuchungskapseln ab die die rebellen imperialen truppen bergen müssen wer die meisten kapseln erbeutet gewinnt wenn du das wort beute ausdrückst klingt das so nett beute nochmal bitte heute gebäude scheiße ist ja die gleiche map wie gerade mit der fracht ne ich habe gedacht ich bin nicht mehr bloß ich probiere die jetzt probiere die waffe noch mal aus würde ich sagen ich probiere jetzt die waffe noch mal aus du magst diese kleinen pistolen ne die hat gut rein die pfeffert gut rein naja ich weiß oh wir sind hier mitten drin und wir haben schon ne jo was haben wir drin ja gerade drin und schon ein assistent toll arsch mein kegel klaut komm dann lass uns aber auch mal zu den kapseln gehen ja sicher auf jeden fall teamwork kapseln alles was du willst verloren steht da wieso haben wir verloren aber 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 achtung bis auf die nächste kapsel worden der hat ein geschütz da stehen oder geschützt ist ja mega übel mega übel die kapsel zurück erobere die kapsel zurück die haben die schon haben wir los kapsel ein leben lang eine kapsel ein leben lang nicht als nichts kümmern ach komm jo 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 jhhh apropos liebe star wars freundlich liebe von star wars freundlich dabei da muss ich noch unbedingt noch ein earrings doch so was mit mittelsp zulegen weil wir die nächste session wird wahrscheinlich mit gästen sein beziehungsweise wir sind zu gast und dazu brauchst du ein externes mikrofon reicht ja so ein billiges netz und mit links weil sonst geht das nicht nur kopfhörer oder auch hier mit micro quatschen darüber dann ich bin ja gerade irgendwie gerade überfordert was links und rechts überall sind welche geht gerade ein bisschen gut ab hier alter was ist denn hier los ja dann haben wir auch den haben wir jetzt sandwich kommt mal zu mir wow ich habe gerade fünf kills gemacht in serie ist ja wahnsinn ja die pistole geht gut ab ach was ist denn jetzt eigentlich mit den kapseln ja wir müssen die kapseln einnehmen die haben schon wieder die kapsel das gibt es doch gar nicht ja die sind die haben ich weiß ja heute sind echt gute gamer unterwegs ja wahrscheinlich machen die nichts anderes außer kapsel 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 ich doch mal wieder auf geschehen energie leider kommt keiner hinter uns onkel übelste wurst der kam einfach angezappelt scheiße die haben die schon fast wieder man die sind aber fix du man kommt so weit sie kommen die kapseln auch nur bei denen verloren ja jetzt auch wir haben die kapsel wahnsinn ach gott kommt er da angeschlichen der darf der da der da was auf dem name aber cool hat was darf der da ich glaube wir müssen rüber zur kapsel wir haben die diesmal wir müssen sie diesmal verteidigen ich komm verteidigung bitte verteidigung verteidigung verteidige die kapsel oh nein orbital strike achtung hinter dir onkel wo bist du denn schon wieder tot ich war gerade bei der kapsel und dann wurde ich gekillt dassり...... von einem Fear das Finde ich schleiße geht und macht hat kommen du alter glücks der rennt er von mir weg und überlebt noch der Onkel ist auch schon wieder tot, ich kann nicht zu dir porten, echt. Ich bin nicht tot, ich stehe dir gar nicht tot in der scheiß Kacke. Ich könnte nicht porten zu dir, das ist doch scheiße sowas. Ach Gott ey. Ach, tut. Jetzt fühlt sich wieder das Ding, ach, das ist doch so ein Leid. Ach, komm schon ey. Zum wenigstens könnte ich mich nicht mehr annehmen. Im Moment mache ich aber auch noch mal das zusammen. Ich wollte gerade sagen, zum wenigstens könnte ich mich nicht mehr zu dir hin, Porto. Jetzt haben die das Ding schon wieder, das gibt es doch gar nicht. Wo haben wir denn, Kille? Schauen wir uns gegen die Affen. Ey, 8000 Granaten werfen die. Niederlage, jetzt schon, wieso? Achso, wer die ersten 5 hat oder was? Ah, ja okay, nochmal von vorne, nochmal von vorne. Ja, genau, nochmal von vorne. Ach, sehr, sehr schön. Ja, war ein gutes Game, muss ich sagen. Nein, war nur Spaß. Ich hoffe, es kommt eine andere Map, bitte, bitte, bitte. Am besten fandest du... Wir sehen jetzt nochmal die Rebellen, ne? Hm. Guten. Die Guten. Wir sind jetzt nochmal die Rebellen. Die Guten. Ne, das ist eine andere Map. Ja. Ah, das ist die, die wir in der Beta hatten, glaube ich, ne? Da war es doch immer gut. Adonno! Abwürfzone! Aber auf jeden Fall, du bist wieder meine geile Pistole, Alter. Die ist gut, ne? Abwürfzone! Hm, die ist gut, ja? Und das alles in der Abwürfzone! Aber ich finde den Himmel auch geil. Guck mal in den Himmel. Guck mal, guck mal. Jetzt hast du Zeit. Guck mal, mein Pimmel. Himmel und den Himmel. Guck mal, mein Pimmel. Da hinten ist ein... Hm, da hängt er raus, ne? Guck mal da oben. Ich gucke wirklich auf mein Pimmel. Mont Calamari-Kreuzer, wie geil ist denn das? Da guckt er wirklich auf mein Pimmel. Ja klar, ich wollte mal gucken, ob der kleine Zipfel da rausguckt, ja? Ne. Mit deiner Pistole. Bist du richtiger Pistole, man? Ja. Ich schnitzel dann mehr weg als du mit dem Riesenbalken. Ja, 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 ja. Okay, wir sollen überleben, äh, übernehmen, meine ich, und übergeben. Wir sollen uns übergeben. Voll auf die Kapsel. Warum schießt du denn eine Kapsel ab? 50 Meter, 50 Meter, 50 Meter, 50 Meter, 20 bis 50, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ich hab halt nur Angst, den Tod zu lernen. Da oben. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Ja, ich hab's gesehen, aber Geil! Den hab ich aber durch das Gelegen gesehen Warum dampft denn der Süßung? Das ist ein Rauchgranate, siehst du, so sehen die aus Aber ich war's nicht Alter, die, oder? Die hatten einen Auspuff kaputt Och, wir haben nur drei Gegner Das kann ja wieder ein geilen Game werden Och, was ist denn, was dampft denn hier so? Das ist dieses Ding hier, oder? Ja Übel, der Absturz, ey Wir haben ihn getötet, es war wunderschön So, wo bleibt denn die nächste? Wir empfangen das Signal von einer weiteren Rettungskapsel Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, fällt diese Rettungskapsel dem Imperium in die Ende Ach, scheiß Barsch, ich wollte jetzt meinen Kill sehen, dass ich überhaupt nicht sterbe Geil, kein Arsch, ja Mann! Barsch? Ich meine, so schön hier die Effekte da aussehen von der Kapsel Aber es nervt einfach nur dieser Rauch da drum Ja Ach, jetzt haben die das Video übernommen, das gibt's ja gang Oh, ich hab noch gekillt mit Hm, der Drecksack, wo bist du? Irgendwo dahin Und gleich schon wieder in der City, in Dead In der Dead City, ich bin hinter dir In Heaven, in Heaven Hallo, hallo, Revanu! Hey, hey Das hat dich nichts families Von hin.... Von hinten Von hinten Von hinten Von hinten Sag ich bin in ene medi muss ein Fehler sein. Oh, Alter, ich bin hier genau bei der Kapsel. Komm her. Komm zurück. Einfach zurücklaufen. Ja. Komm zurück, bin ich dir alleine. Ja, ich komm doch. Nee, du bist ja umstehen geblieben, wenn ich sag, komm zurück. Nein, ich hab gerade eingetötet. Lass mich doch wenigstens eintöten. Nein. Doch. Töten macht Spaß. Ich hab Angst. Oh, die sind aber auch genau neben mir runtergekommen. Komm, komm ein bisschen zurück. Die kommen. Die kommen bestimmt. Da hinten kommt schon einer. Einen hab ich. Einen zweiten hab ich. Und dreht nur zu dir, oder? Ah, Drecksack, Drecksack. Granate kommt. Wo bist du? Ja, hinter dir. Wo sind die, wollte ich sagen. Irgendwie ist das so mein Standort. Das hört sich fast gleich an. Wo sind sie? Naja, wenn ich dich siezen würde. Ich sie. Siehst du mich? Boah, der Nebel, ne? Das ist echt übelst mega fies. So, hat geklappt. Habt ihr noch einen angeflogen? Boah, den hab ich in der Luft erwischt. Wie geil. Boah, den hab ich in der Luft erwischt. Wie geil. Du auch? Ich hab'n Kill gekriegt. Ja, ich auch. Ich hab'n Assi bekommen. Ja, ich hab'n. Wie geil. Wir haben beide draufgebollert. Es geht jetzt abfetzt, der die alte Qualqualk. Was ist das? Qualqualkwappe, wollte ich sagen. Aber da muss ich lachen, weil kurz das Wort mehr aussprechen. Qualqualkwappe. Hast du jetzt verstanden? Boah, ich hab' ne Panzerfaust in der Hand, ich bin ein Tier, ich bin ein Tier, ich hab' ne Panzerfaust in der Hand. Entschuldigung, ich hab' grad in der Aufnahme. Also, ich stand echt vor dem, hab' voll die Panzerfaust auf den gerümmelt. Entschuldigst du dich da? Versteh' ich nicht. Was? Warum du dich entschuldigst? Ey, Rivano, bitte. Ja, ich hab' mich entschuldigt. Ach, da ist halt... Ey. Warum du dich entschuldigst? Mein Gott. Ja, weil ich jetzt grad so laut war, hab' ich gedacht, weil ich so laut gelacht hab. Boah. Boah, das war jetzt ne grade richtig... Mega übel. Boah, was ist denn hier los, ey? Aua! Bleib leben! Bleib bitte leben! Ah, was soll ich machen? Drei Stück. Wir haben's... Nein, die haben's übernommen. Nein! Komm schnell hin da. Ja, ich bin hier schon am Weg, Mann. Ja, ich auch. Ich bin hier schon am Weg, Mann. Ja, ich auch. Ich bin hier schon am Weg, Mann. So schnell wie ich kann, Mann. Ja, ich auch. Oh, ich muss, ich muss kurz... Oh, tut mir aber los. Oh Gott. Das hilft uns zum Sieg. Das war der Kriegsschrei vom Onkel. Das war der Kriegsschrei und der war faszinierend. Ja! Weggesniped, Alter. Oh, aus dem Dschungel hab ich den weggesniped. Das heißt, die haben die verloren. Nein, die haben sie verloren. Oh, fuck. Ich bin hier immer noch. Ah, stirb, du dreckiger Sark! Ich kenn' dich, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß genau, wo du wohnst. Du bist genau wie deine Leser-Kanone-Tick, du. Produzier mich nicht. Und wieder einen Weck in, Matt. So, ich bin hier an der Kapsel. An der Kinie an der Kapsel... Kupsel, 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 Kapsel, Kapsel, Kapsel. Oh, der hat mich detonalisiert. Ane Kinie an der Kapsel, 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 Kapsel. Er hat mich detonalisiert. Komm da mal her, hier, hilf mir lieber mal! Ich hab Angst, deswegen sing' ich. Ja, ich komm. Bin schon da, an der Kapsel, 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 Kapsel. Geist dich, seelisch und vorsorglich, bin ich schon unterwegs. An der Kinie an der Kapsel, 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 Kapsel. Ich bin in der Kapsel, ich bin schon da. An der Kiel, an der Kiel, an der Kapsel, Kapsel, Kotzel, Kapsel, Kap. Beschütze dich mit deinem Leben, Onkel. Ich bin so gestorben, Rihanna. Weil du mir doch irgendwo rumgeisterst. Ich komm, ich muss mich auf den Weg frei klatschen, kämpfen, meine ich, Güten. Wir haben die Kapsel doch. Oh, der hat mir noch gekillt im Nahkampf, aber ich habe mir auch gekillt. Hey, da ist der Onkel gerade mir vorbeigestapiziert. Onkel, wir haben eine weitere Übernehmungskapsel hier. Ja, hier, eine noch, da haben wir gewonnen. Wahnsinn. Also, die Map war auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Wow. Mann, ich schaff's nicht, ey. Der Typ da, der mit unserem Team ist, der rastet voll aus hier. 24 Kills hat der. Das ist der Wahnsinnskern. Das ist der Wahnsinnskern. Und deine Macht und Willen. Tot. Also nicht ich. Tot. Ich nicht. Also nicht ich. Oh, 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 oh. Geh weg. Wenn du mir mitteilen würdest, wo die Gegner sind, wo du o-o-o machst. Oben hinter uns. Da. Um die Kapsel herum. Du bist tot. Nein, die haben sie übernommen Ach, ich kenne Kötzen Er rennt einfach Oh, der hat mich gepanzerisiert Haha Hat nicht geklappt Haha, hat nicht geklappt Das ist Wahnsinn So eine Wahnsinnsparty Ihr müsst Granaten werfen, Leute Immer Granaten Bam Ach, scheiße, das habe ich geklappt Au, schon gewonnen Oh, man Easy, easy going Ja, schaffen wir noch eine, wa? Von der Zeit her, ist egal Oh, 19 Da war ich mal gut Das war mal meine Runde Guck mal, der eine hat 30 Kills, der ist richtig ausgerastet Onkel ist dabei Ich aber nicht Okay Meiste Kapseln verteidigt, sauber Ja, das ist Ja, Onkel, du bist ein richtiger Kapselman, wa? Ja, aber ich zu den Kapseln hinrenne und nicht weg Oder irgendwo ich drumstehe, sinnlos Was? Ich habe gekillt, hast du gesehen? Ja, gekillt ist aber auch nicht das Ziel des Spiels Das ist nicht das Ziel des Spiels, du kleiner Wanderersmann So, die Wache behalte ich, die ist cool Ach ne, guck mal, wir haben jetzt noch eine andere Map Komm, wir haben jetzt noch eine andere Map Komm, wir haben jetzt noch eine andere Map Ja Ja, ich würde sagen, ne, let's fight, ne? Fickt Bitte? Fickt W-äh, was? Fickt? Ja Sehe ich auch so Du hast gesagt, let's fight, fickt Let's Let's wackelt, habe ich gesagt Okay, es geht los, nein, es geht noch nicht los Wieso? Ich drehe mich, mir wird schwindelig, Leute Oh Gott Okay, ich hoffe Ich gucke mal, wie das aussieht Echt, so voll langsam, ey Weißt du, ich sehe hier Highspeed, ey Und da dreht er sich hier so ein Zeitlubar Weil da ist wahrscheinlich nur ein solcher Kopfdreht sich so doll Ey, wie machst du das? Mit dem Richtungs-Tasten Codex Yerbo Ich hab grad 5 gegeben Okay, ich anfange das Signal-Onkel kommen, wir müssen das Signal, nein, dich suchen Untersuchung Nein, 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 nein Doch sie alle, denn sie stinken nach Fleisch Kapsel Kapsel Kapsel, Kapselpilz Kapselpilz? Kapselpilz Kapselpilz Die wollen die Kapsel nicht haben, oder? Oh, die kommen von vorne, von hinten von der Seite Kapsel Ja, ich hab einen gekillt Ich hab die Kapsel verteidigt mit meinem Leben Kapsel Boah, schön, das Ding Ich habe auch zwei gekillt Trotzdem bist du Uhr Nummer 1 Ja, weil ich immer einmerke Die wissen alle, dass du es bist So, wo ist die Kapsel? Kapsel, Kapsel, komm, hopp, hopp Ach, kacke Jetzt wurde ich gekapselt Komm, hier ist gleich der Nächste, komm her Ja, ich komm, ich boite mich ja schon zu dir Paps Meins Hast du? Ja Entschuldigung, bleib da am Leben Ich bin wieder zu dir porten Ne Oh, ich kann nicht zu dir porten Ich frage mich manchmal an, was das liegt Was da, was da Ich weiß auch nicht Was da der Grund ist, warum ich da nicht Vielleicht muss man das noch eine gewisse Zeit irgendwie aufladen Irgendwas erreicht haben Was ist denn mit dir? Bist du in der einen Tod, oder was? So, ich hab's Ich hab's, ich hab's, ich hab die Kapsel befreit Achtung, hinter uns Oh Ich hab grad'n Geil Was? Ist das herrlich Muss grad so lachen, weil ich grad einen von meinen Leuten selber im Kopf geschossen hab Und du hast richtig gesehen, wie der, wie der Laser im Kopf abgeprallt ist Und der Kopf so nach links getubt ist Bäm Ich hab die Kapsel gerettet Wir nehmen die Rettungskapsel Boah Ich wurde verspricht Ey Leute, die rasten voll aus hier Ich will ja nix sagen, aber das geht hier ganz schön ab, mein Freund Ich will Photo im Kopf Neues Hört Okay MARKUS Ohne scenario Ich will ja Ich will ja Sind ja Leben, um dich zu retten. Boah, Granate, genau. Achtung, Granaten. Ja, ich hab's gesehen, kann man ins Auge geführt. Boah, hier ist ja wie Disneyland, ist das hier, ey. Nur, dass dein Feuerwerk nicht so schön ist. Komm, next Kapsel, huhe sie hin. Putz da, der Nächste ist hier gleich vor mir. Hepa, heepa, andele, andele, rieba. Achso. Oh, 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 Leute. Boah, Spinnen. Das war für den noch wahrscheinlich ein Multikill, du. Der hat ja richtig Pumpt jetzt gekriegt, ey. Gleich sechs auf einmal. Alle sechs zusammen. Macht Pumpt. Oh nein, oh Gott, oh. Ich hab die falsche Waffe gehabt, Leute. Das war meine Schuld. Das war jetzt gerade... Das ist die falsche, la 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 la, Waffe. Nee, ich hab nicht angesiedelt. Nein. Doch? Nein. Was ist denn überhaupt? Nein. Negativste. Was reden wir jetzt über? Äh, ich weiß auch nicht. Na, holst du dir jetzt mal die Kapsel oder guckst du nicht so bis zum Rumrum und blockierst du die ganzen anderen Spieler? Jung, ja, jung, jung. Aber das ist alles nur rumlaufen müsste, weil du alle blockiert hast. Ich. Ja, du. Das ist mir jetzt wieder. Natürlich du. Nee, negativ. Nee, 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 nee. Eindeutig nicht. Doch. Doch. Da, 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 da. Da, 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 da. Mit einem verfickten Sperrfeuer bin ich gekillt worden. Ach, von hinten, alter. Immer mit den komischen von hinten. Dreckigen Schweine die. Oh, alter. Oh, Doppelkill. Double fill. Oh, ich darf mich mal zu dir porten. Das ist ja wie Weihnachten, Silvester zusammen. Geh weg Ich hol die Kapsel Das war knapp Gott sei Dank Endlich mal wieder einen gekillt Leute das ist der dritte Weltkrieg Spitzenspieler kill serie Hab ich gerade Das heißt ich hab gerade den Spitzenman gekillt und den Gegnern der Spitzemann Alter hat mich verklocken verknüpft Hallo der hat mich im Nahkampf Ach Gott er hat mich gehauen er hat mir einfach ausgenockt mit seiner kleinen Pipi Pistole hat er mich geschlagen Die Kapseln sind halt hier sehr offen das ist halt schwierig Boah ich stirb endlich und du auch Boah was hier abgeht Es war es ist wahrhaftig wahrhaftig Aua Achtung da oben der Russien Loki kommt Boah findest du das gut findest du das gut 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 jawohl noch einmal ey die zockt man ja ab die haben ja gar keine Chance die haben wir noch nicht mal Chance die haben wir noch nicht mal Chance Hetz wir haben gar keine Chance die haben wir noch nicht mal Chance Die sind absolut am Ende des Lebens aber so gefällt mir das das ist absolut in Ordnung das ist genau so wie ich das mag Oh ich bin von hinten gelimmelt Ich auch Ich bin selben wie du Oh komm schon Leute die letzte Kapsel The last Kapsel in the world The last Kapsel I give you my heart I come the orbital strike La 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 Boah direkt eingekillt und der Ockel rollt die Treppe runter er war da Prozent ich glaube wie lange ist in Ordnung die Traburzel da unten schön entlang der Unge-Gritter-Trekord den Ständer geständert die Unge-Gritter-Unge-Gritter-Trekord und der Machtbomb-Bomb oh nein sie haben die Wettungsgapsel wir haben die Wettungsgapsel ach komm schon du alter Vogel du Ich komm ja wieder gespawnt und wird direkt belümmelt hier voll vorbeigezogen meine Herren Ey ist ja der reinste Weltuntergangskrieg hier wir haben sie wieder ach komm ey ich spawne und direkt hinter mir ist einer von den Lümmeln ey Mann der hat mich jetzt umsonst tausendmal gekillt Stopp sie alle Boah komm Boah der hat nur noch ey sieben lebensnecke Punkte der Affe da werde ich gleich zum Kotelett Boy Kotelett Boy Boah feindlich einer in der Nähe Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadols aus. Ja, sauber. Hast du es wieder eingenommen? Ja. Oh Mann, du bist wieder nicht da. Warum kann ich denn nicht bei dir spawnen? Was? Warum kann ich denn nicht bei dir spawnen? Und warum rede ich so hoch? Ja, ich bin hinter dir. Bin bei dir gespawnt. Achtung! Stinkender Abschauung grünes Monster. Hab ich schon gekillt. Oh, ich hab von Onkel nichts mehr gesehen. Das war nur noch eine kleine Staubwolke da. Ach, von hinten zwei Mann, ey. Das sind alles Aliens, ey. Das sind alles level übelste Leute hier, ey. Oh Mann, du Sack. Ich hab genau gesehen, dass du fast gestorben wärst. Fast gleich gestorben wärst. Ach, auf, das scheiß Dach vom scheiß Raumschiff. Schießt um den scheiß Kopf. Ja, wo denn sonst? Aber sollen sie da oben bleiben? Da sind sie gleich tot. Toll, die Kapsel haben die jetzt übernommen. Eine weitere Kapsel ist gelandet. Hipper, Hipper. Anderle, Anderle. Oh, Mann, ey. Scheiß Granaten, ey. Ficken, Mann, ich bleib hier beim Kran hängen. Oh. Batman war hier und Batman sagte Die guten tun nur Gutes. Ich bin Batman. Ja. Hi Batman. Hallo. Wie sei das so? Ey, das gibt's nicht. Ich hab freie Schussbahn. Ist kein Witz, ich erzähl's die Geschichte. Ich hab freie Schussbahn und ich habe einen, äh, Raketen. Ich werfe eine Hand. Ich schieße und in dem Moment geht ein freundlicher Spieler stellt sich vor mich und meine Panzerfaust schießt ihn im Rücken und ich sterbe und er läuft weiter. Das nenne ich Teamwork, Leute. Das nenne ich gutes, gelungenes Teamwork. Sie sichern das Gebiet im Bereich dieser Rettungskarte. Alter. Ich will ja nichts sagen, trotzdem habt ihr ein paar Fragen. Die Gegner sind wild und entschlossen. Und die wollen das Spiel gewinnen. Und hat mir ins Gesicht geschossen. Genau. Und der Onkel sagte miau. Deine Reime sind keine... Die wollen das Ding haben. Ich, ich klau's zurück. Nein, ich schaff's nicht. Ey, Leute, jetzt wird's aber knapp hier. Die Jungs, die die sind irgendwie gut drauf, die Jungs hier. Die holen sich grad die ganzen Dinger. Was ist denn jetzt auf einmal mit uns los? Ich hab zwar 16 Kills, das auch sehr wenig ist, aber... Ich habe, ich habe, ich habe, ich bin, ich habe. Oh, 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 oh. Boah, ich schaff's nix mehr zu töten, ey. Was ich definitiv nicht habe, ist Energie. Mhm. Oh, hopp. Wurde grad genau gespawnt. Genau da, wo die Typen sind. Boah, der hat mir mit der Panzerfaust gefetzt. Tja. Hat er gemacht, hat er. Hab ich genau gerochen. So, die haben das Ding schon wieder, ey. Ich flipp hier aus, da. Hallo, ich bin's. Oh, von hinten, ey. Von hinten kommen sie wieder. Gugadgete von hinten. So, meine Freunde. Jetzt werden wir sie gleich sehen, weil ich habe nämlich die erste Ladung. Erste Ladung habe ich. Okay. Na komm. Ja. Shit, ich fass die one in. Ich hab sie, ich hab es. Oh nein. Dö, 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 dö. Mega Man, Mega Man, Mega Man. Chapa, balu, bap, 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 bambu. Achtung, Onkel. Zwei kleine, verweste Kadaverkörper greifen dich an. Hm. Hm. Wo bist du? Ich kann nie zu dir kommen. Tot. Wo soll ich sonst sein? I am in the world of games over. I come out of space. Doch, geh doch nicht so ein Scheiß. Alter, hör auf. Du blamierst dich nur mit deinem Gesinger. Ach, Quatsch. Du gehst nur Scheiße. Ja, was machen wir die Lieder irgendwo? I come out of world of space and rest. Gott, 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 Gott. Ich verwirr die Gegner nur scheiße, dass die was nicht hören. Okay, das läuft. Oh, Doppelkill. Und übernehme, 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 ich hab's. Achtung, da kommen sie, sie kommen. Sie kommen. Von wo? Was? Ich krieg jedes Mal Schassisse ab. Schassisse. Schisse ab. Ich weiß nicht von wo. Jetzt haben die das Ding schon wieder. Bist du überhaupt nicht irgendwo? Ja, ich hab's doch. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Scheiße, die haben mich gekillt. Die sind gut, ey. Ich hab keine Lust zu verlieren. Was ist das, was ich mein? Ja, jetzt hab ich's mal geschafft, zu dir zu sparen, oder? Am Arsch der Welt. Du kannst wieder meine Gegner vorbei, oder? Da kommst du. Wo bist du denn? Ich war hinter dir, oder? Du bist die Kräuter quergerannt, der hast die hinterher gerannt. Der kleine muss ja ausweichende Lasern. Ich glaub, der nicht in einer Bahn. Bringst du einfach rum und schießt den ab, Mann. Wie, jetzt? Warum? Weil er genau an deinem Arsch klebte. Ja, und deswegen bin ich's nah dran gelaufen. Was ich denn damit sagen möchte, ist, ich wollte ausweichen, seinen hervorragenden Schusskämpfkünsten. Boah, der ist direkt neben mir gespawnt, der Sack. Super, nein, holst du doch mal zurück, ihr Blöden. Aha. Alle, wenn ja, da guck er, da guck. Okay. Es ist so Action voll hier. Ich werd hier wahnsinnig anders. Ich seh den Auge mit seiner kleinen Pistole, weil es alle voll die übelste Schlachtknarren in der Hand, und da kommt der Onkel dann mit so einer kleinen Grille an. Boah, jetzt hat's mir schon. Oder Schlimmer ist, der macht aber Schaden mit dem Scheißdinge. Nur weil die Dichtung cool ist. Ja, du glaubst du ja nicht, du sagst, siehst, kleine Pistole, äh, scheiße, mini, mini. Ne, das ist gut, ich sag, klar ist, das würdest du ja nicht nehmen. Das würdest du ja mal probieren, ich mach' halt die dicken Dinger, ne? Ich mag die dicken Dinger noch, und so haben, euch, da kann ich ein bisschen mehr weiter viel schießen damit. Okay, übernehmen, 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 gewinne, gewinne, gewinne. Warum verreif ich denn immer so, blablabla? Boah, übernimmt er, jawoll. Übernimmt, übernimmt, übernimmt. Ja, wir haben's, wir haben's. Ne, das haben die, du Idiot. Unentschieden, was? Krass, das hab' ich auch noch nicht gehabt. Hatten wir sowas schon mal? Nein. Unentschieden? 25 Kills, 36 Mal gestorben, sobald es sechs, da sind wir gestorben. Oh, wir haben uns abgewechselt. Ach ja. Bei so einem Spiel näg ich immer dazu, um irgendwelche komischen Geräusche von mir zu geben. Das tut mir natürlich leid. Wieso, was hast du jetzt komische Geräusche gemacht? Mein Blablabla. Oh, 670 Kröten. Ja, 686, ich weiß es nicht, weil er ein Part angefangen hat. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war auch. Ich glaube, dann machst du nächstes Mal, fängst du dann, okay? Okay. Ja, meine lieben Freunde, es war wieder ein aufregender Party auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Schaut auf jeden Fall mal bei Onkel vorbei. Lasst ein Abo, Like, alles da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Star Wars oder bei anderen Games zusammen, zum Beispiel wie eh. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dream Team. Bis dann. Ciao. Tschüss.